naja was ich eigentlich damit sagen wollte ist es ist ein live tracker und live tracker kann man doch nicht einfach so wie man bock hat verändern das geht doch gar nicht den wollen verarschen warum ist das hier dunkel guck mal nach draußen draußen ist hell das hier soll ja diese tages nacht linie darstellen ja ich guck raus ja 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 Vielen Dank.